Schätzungsweise haben wir Contact, weil da noch 15 in der Kapsel waren. Naja, es sind auch noch zwei andere Squats da auf dem Weg, ein 2er und ein 3er, so wie es jetzt aussieht. Dann drehen wir doch ab für dich, Sau. Die landen direkt unter uns. Ja, fliehen wir doch da. Scheiße. Ah, hier Klaus, bei uns landet einer mindestens. Schnell irgendeine Waffe grabt, würde ich dann gleich pushen. Ach, Junge, gib mir doch ne Waffe. Hat das Zocker? Äh, nein. Bei den Häusern. Oh nein, diese scheiß Nachnamen. Hat mich. Ist vor mir. Oh, der finisht mich. Ich komme. Ich habe die scheiß Sentinel in der Hand gehabt. Ich wusste nicht. Jetzt kommen deine Kameraden von hinten. Ich wusste nicht, dass das Sentinel immer einen Schuss macht. Ja, der war das. Dankeschön, Niki. Danke. Hau ihm ordentlich in den Arsch. Mach ihn fertig. Danke, Niki. Ich habe nur ne Pumpe mehr. Ich habe keine Menge mehr sonst. Echt? 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 Oh, der gebe ich so einen Hit mit Sahne. Scheiße, hier vorbeigeschossen. Oh, der hat mich umgehittet. Jaaaa! 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 Niki! Jaaaa! Niki bist du best! Dankeschön. Oh, bin ich ein geiler Spieler! Danke, Niki! Oh, wenn ich jetzt so gut aus die Höhle! Oh, wenn ich jetzt so gut aus die Höhle! Ah, dann nehmen wir das nochmal mit. Ey, ich hole dich gleich wieder deine. Oh. Oh, bin ich sexy! Oh! Oh! Das Schild habe ich schon. Oh, geil! Oh! Oh, bin ich sexy! Ey! Ich lass mal deine Waffen hier. Also, weil was du im Dings hattest, oder? Ja, hol ich mir gleich. Okay. Na, warte. Holt mich gleich. Mal gucken, ob ich verrecke. Jaaaa! Komm ran hier auf den Meter! Jo, ich komme! Nix ausrufen hier! Nicht! Um mich die Arbeit machen lassen! Ich heil mich mal! Aua! Bunga! Bin ich geil! Alter, jetzt geht ihm einer steil, ey! Ja, aber richtig! Na klar! Wenn ich einmal was geschissen bekomme, dann muss ich mich für loben. Tschöja! Ach, das ist voll kühl? Ja, bin ich. Oh, das hätte man mir mal sagen können, ey, das Dings, ähm, die Sentinelle immer einen Schuss macht. Die macht nur einen Schuss. Danke! Ach, schloss! Geiler Peter, du! Hier ist noch ein blaues Schild, aber das ist angedamaged. Ja, ich habe einen Dealer Schild! Besser, als das, was ich habe. Hast du, hast du, äh, Schild? Denkt? Ja, ja, okay. Gut. Hä, was bist du eigentlich? Darf ich mal kurz schießen, nur zum Tasten? Ja. Ich habe hier ein goldenes Scope, äh, für Schrotze und MP. Brauch einer? Ja. Alter, Helly, wenn ich dich nicht hätte! Helly, wenn ich dich nicht hätte! Du bist der Best! Ja! Niggi! Ja! Ja! Ein Klärpaket, ich liebe diese Dinger! Oh, bin ich geil! Was ist das? Der Typ, der... Ja, Entschuldigung! Das nervt mit den, mit den Leuten, wo ich sonst immer zocken, nervt das auch schon. Wenn ich, wenn ich einmal, wenn ich einmal was geschissen bekomme, eine halbe Stunde danach noch, Oh, bin ich ein geiler Spieler! Ich habe so die Befürchtung, dass wir da bei seiner Frau auch machen. Ja, wer habe ich da nicht geil geschossen? Das war wieder der Abstruller da! Ja, hier ist nochmal dieses Ding von Graf. Nur ein Anders. Ah. Ähm. Soko, nochmal ein Kit. Oh, ja, ich habe noch eins. Und Dante, hier, nimm das dann mal. Danke. Okay. Was kommt hinter uns? Tschö. Alles gut passt. Oh, Lidernis Schild. Meine Runde geht los. Zack, tot. Wahrscheinlich. Hier ging doch vorher schon los. Weil du uns gerettet hast, Niki. Wieso habe ich vier Stacks an kleinen Medis dabei. Kann man es mal erklären? Ja, weil du es mitgenommen hast. Wow. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, wir sind schon mal Top 10. Alles gut. Es geht einen neuen Kill-Spitzenreiter. Nur ein weiteres Insekt, wenn ihr mich fragt. Oh, hier geht ganz schön die Luzi. Wellentempo schießen im perfekten Moment erhöht die Feuerrate. Wollen wir die mal, die, 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 die wurde da gerade abballert. Die gehen mir immer schon raus. Dann können wir die mal bitte pushen. Ach du rüber, was macht die da hinten? Impfen. Oh, die kam gut. Ich habe da einen Luftangriff reingejagt. Ich habe keinen getroffen. Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Hat goldenes Schild. Ah, das ist wieder so ein Lauffuzzi. Oh, oh, hinter uns. Überalltar. Ja, dann lass die erst hinten hin. Hat einen guten, hat einen 70er Shot drin. Schild-Crack. Der ist eine Squats, hier ist down. Die fighten gerade von überall. Ja, oh, 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 ich habe böse Aua gekriegt. Oh, der ist vor mir. Oh, ja. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir erst die hier nehmen, dann nicht. Digga, ich muss mich erstmal heilen. Hey, don't push. Einer hat... Einer hat los. Ich glaub, ich glaub, Niki hört mir gar nicht zu. Nö, nö. Ja doch, ich hör dir schon zu. Nur wenn sie mich pusht, was mich machen. Achtung, da kommt ein Luftangriff. Oh ne, da kommt ein Luftangriff. Das ist blöd. Das ist jetzt... Oh, schönes Stein. Nein! Oh, der war schön, Schatz. Ey, der Typ hat zu viel Munition. Neuer Killspitzenreiter bestimmt. Komm nicht zu meiner Frau oder zu dir, Niki. Okay, no risk, noch fun. Oh, 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 oh. Daneben, Lappen. Große Scheißer. Deine Mama kann nix. Oh. Oh. Ich hab' nie, ich hab' dich. Oh scheiße, die sind da unten. Ja. Ey, viel Spaß damit. Huuuhu. Huuu. Alter, wie viel? Wuuuhu. Wuuuhu. Wuuuhuuu. Hauu. Niki ist schon einmal da umgegangen. Oh Mann, Niki ist dort auf der Seite. Kannst du vergessen, ich stehe da hinter dem Stein. Kannst du vergessen. Renn weiter. Renn in die Zone. Und versuch Zocko wieder vor diesem Überheimnis Ding. Naja, muss mich erstmal schüllen. 30 Sekunden bis der Ring sieht. Ich sehe 2 mal auf 3. Scheint da ziemlich ruhig zu sein gerade, oder? Ich würde zoffen. Für dich und für mich. 10 Sekunden, ich muss es in den Ring schaffen. Da hinten sind sie. Ja komm, werf mich ab. Nun mach. Ja komm, los. Ja. Erstmal schnell hier drauf. Da kommen nämlich gerade. Da kommen 6 Leute von hinten. Ja ja. Ja ja. Wir können nämlich aber hier über den Ring da durch rüber. Ah. Ah. Chess, bist du nicht zu mir gelaufen? Ja. So, du holst den Wind. Wehe wenn nicht. Haha. Über dir steppt. Ja. Ich war's. Über dir steppt. Ja. Ich war's. Na ihr Arschgei. Okay. Da kommt ja das. Da kommt ja das. Eintreten. Wie kann man nur so kacke dreist sein? Ich? Ja. Wer denn sonst? Ja. Wer denn sonst? Schön verbarrikadiert. Ah ja. Und der Schnitt. Genau der Typ. Der hat mich wieder gekillt. Der hat mich auch. Der hat mich umgeguckt. Eine Minute. Die registrieren mich glaube ich gar nicht hier. Ne. Die Tür ist zu. Der macht gerade die Tür kaputt damit. Ja. Wolle. Egal. Ich habe eben gerade erst gesehen, dass meine Special Fähigkeit aufgeladen war. Die ist wenigstens noch vergast. Und dass meine Spielische M lossen kostet wird nicht durch. Das ist alles rein.